Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Robin Hood, die Legende von Sherwood. Hier ist wieder Glück. Und ich versuche die Mission ein erneutes Mal, nachdem ich letztes Mal so gnadenlos versagt habe. Und es tut mir nochmal leid, dass im letzten Part der letzte Part zu abrupt geendet hat, aber ich habe die Zeit aus Versehen ein wenig überzogen. Und, naja, wie dem so ist, ist halt dort... Also habe ich das dann einfach so geendet, enden lassen. So, greif an. Vielleicht kommen die scheiß Bogenschütze noch. So, jetzt greifen wir uns die Bogenschütze. 9 auf 1. Und du bleibst schön stehen, mein Freund. So. Hier ist mal fast alles geklärt. Nicht einer von euch, ne, der kann die auch nur töten und sie kann nichts mit denen machen. Gut. So. Sagt er mir, er sagt mir, stimmt, Robin ist... Genau. Die wollen alle Robin haben. Nutze ist gut. So. Ja, nimm einfach das Geld. Die Sprüche sind wirklich der Knaller. Ich danke euch. Mach es wie ich. Kauf dir einen Morgenstern. Ich danke euch. Mach es wie ich. Kauf dir einen Morgenstern. Habt ihr eine Gitarre? Mach es wie ich. Kauf dir einen Morgenstern. Mein letzter Reich. So. Hier auf der Map seht ihr auch immer schon, was wir kennen hier. Das sind die Leichen. Die roten sind die Feinde, die wir seh... Ja, die Feinden, die wir sehen. Graue Punkte sind noch nicht bekannt. Was sind das eigentlich für... Wo man das ist... Ja, hier sind Items. Oder... Ja, also jedenfalls Gegenstände, die wir aufnehmen können. Und... Ja. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Mörder! Marion kann das Ding holen. Und Willy Boy... Geht da hin. Der Rest von euch, Johnnies, kann auch schon mal hier hin. Gut. Sehen wir die erstmal alle. Und Will geht hier hoch. Ja, und da kannst du auch schon mal hoch. Und dann kannst du ihn erwürgen. Okay, es wird wohl nichts mit dem erwürgen. Dann klatschen wir einfach den Morgenstern mitten ins Gesicht. Und jetzt rennt man da hin und tötest den. Oh, komm und teste meinen Morgenstern! So. Jetzt schleichen wir uns ein wenig heran. Ja, er wundert sich schon ein wenig. Dann... Hilfe! Das gleiche machen wir mit dem auch. Wir haben jetzt halt... Jetzt wundern sich sowas schon zwei ein bisschen. Hm, was ist da? Da liegen die Waltote rum. Hm, der schleicht jemanden mit dem Schild herum, der hier auf immer die Wachen zuläuft und die tötet. Gut. Ja, jetzt sehen wir da erstmal schön... Da müssen wir auf jeden Fall rein. Also nicht ganz, wir müssen... Wir müssen hier hoch. Und dann gehen wir von oben in diese Tür rein, damit wir da belauschen können. Feuer. Haben wir noch ein paar andere Sachen. Gut. So. Und dann geht's auch schon weiter nach... Nach unten. Jetzt sehen wir... Ah, das ist da. Und hier... Bei die Ritter gehen wir ein tierisch auf den Sack. Gibt's hier nicht nur irgendeinen... Gibt's hier nicht nur irgendeinen Bettler, der mir... Sagt? Nein, gibt's nicht. Hi. So, jetzt müssen wir uns beeilen. So. Die haben wir schon mal erlegt. Nächsten. Die nächsten. Komm und teste meinen Morgenstern. Komm und teste meinen Morgenstern. Ich kriege ich. Komm und teste meinen Morgenstern. So. Und jetzt noch mal eine schöne Gegnerbeseitigung. So. Ich muss noch mal kurz mein taktisches Vorgehen überdenken. So, er sieht mich gleich, hoffe ich mal. Ja, er sieht mich. Komm her. So. Du bist tot. Und jetzt gehen wir noch den Ritter angreifen. Hallo, Ritter. Und komm. Bitte. Ich weiß nicht, 15. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Ich möchte die Treppe auch hochschleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Cool, dass er mich nicht sieht. Wer da? Komm und teste meinen Morgenstern. Verteidige dich. So. Euch beide haben wir auch ganz leicht kalt gemacht. Jetzt haben wir hier noch den da. Den werden wir auch versuchen zu erwürgen. Wer da? Komm und teste meinen Morgenstern. Was nicht ganz klappt. Dann müssen wir ihn halt so mit dem Morgenstern töten. So. Freunde der Sonne. Ihr könnt auch schon mal hier hinrennen. So. Und Will. Will Ritten. Geht hier schon mal rein. Gut. Will ist da drin. Ich könnte mich ja hier durchkämpfen, aber scheint mir doch ein wenig gefährlich. So. Angriff. Okay. Steh auf. Die haben mich gesehen. Du hör auf. Du bist mein Morgenstern. Hängst du an deinem Kopf? So. Das hat ihn nicht mitbekommen. Dass da Leute gestorben sind. So. Wenn er da noch ein bisschen länger stehen bleiben würde. Wie auch immer Lady Marion. Wo bist du abgeblieben? Ich kann natürlich auch hier einfach durchmarschieren. Halt. Halt. Ich werde gerade Halt rufen. Gefährlich. Gefährlich. So. Marion. Du bist. Noch nicht. Jetzt bist du da. Du kannst mal ihn heilen. Und es geht ein bisschen schneller. So. Ist doch fein. Und schon wacht er wieder auf. Wir kriegen ein Kleblatt und freuen uns. So. Robin. Feuer frei. So. Leb wohl. Leb wohl. Mein heiligen Blut. Ein Bogenschützer. Wache zu mir. Er ist tot. Wache zu mir. Leb wohl. So. Jetzt haben wir. Fast keine Falle. Zehn Pfeile mehr. So. Sieht's. Nicht. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier durch. So. Ich habe zwar gerade zehn Pfeile verschwindet. Das war es aber auf jeden Fall wert. Oh. Irgendwer hat hier auf jeden Fall gesehen. Robin wurde gesichtet. Na okay. So. Robin gegen vier. Aber Robin schafft das. Anfänger. Ach da ist hier noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen gerade. Du verteidigst dich gut. Der Galgen wird dein Tod sein. Und du willst ein Krieger sein. Er kotzt mich hier hinten schon wieder an. Keine Bewegung. So. Du hast keine Schade für dich. Ja. Zwei so eine Johnny Soe. Nur eins. Nur zwei. Alle beide. Jetzt kommt der Ritter auch noch. Scheiße. Probieren wir es einfach. Und hoffen. Ja. Sieg. Sieg. Robin Hood for the win. Wir haben hier ein wenig aufgeräumt. Wir haben noch... Oh Gott. Hier unten ist hier unten noch so ein... So Robin. Hol dir mal das Geld. Indem du sprintest am besten. So. Genau. Ihr vier könnt hier auch lang. Bruntet auch erstmal da rein. Kann ich das... Ah. So damit kannst du Robin heilen. Und Robin holt sich die Pfeile. Weil mit Robin... Die Pfeile ein wenig besser. Das hatten wir auch noch nicht. So. Robin kann mal hier hoch. Hier bleibt mal in dem Versteck. So. Mit Robin... Bogenschützen haben wir hier nicht. Keine Bewegung. Okay. Die sehen mich, wenn ich... Hier. Gucken, ob sie mich durchsuchen. Ich könnte ihn töten. Dann machen wir noch ein bisschen Tumult. Gut. Ich warte jetzt, bis sie hier oben sind. Und dann greife ich sie einfach nur an. Okay. Sie haben es nicht gerafft. Hallo. So. Mich interessiert, wo sie hinlaufen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die sehen die Leichen, aber sie werden hoffentlich nicht hier unten drin suchen. Alle Leichen werden auf einmal bemerkt. Gut, Robin. Vielleicht sieht er mich jetzt. Okay. Der ist wirklich selten dämlich. Greif ihn dir, Robin. So, den hätten wir. Greifen wir uns den hier noch. Und nochmal... Zack. Und der nächste. Gut. Wir laufen hier einfach nur. Kann ich sie eigentlich... Heben wir uns zu erkennen. Wie schmeckt ihr dann? Na dann nicht. Gut, der nächste. Und du willst ein Krieger sein. Hämmer im Kreis. Was macht er da? Ich hasse sie mit ihren langen Stangen. Ich will sie hier schnell, dass noch die ganzen Johnnies besiegen. So, den ja zack. Noch einen Schlag. Komm. Triff ihn weg. So, jetzt ihn noch. So. Hier gibt's nix. Und dann sprinte ich mal hier rein. Die da hinten sehen mich hoffentlich nicht. Nur einer kapiert's ein bisschen. Ja, Leute. Dann mach ich hier einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Teil davon. Bis dann.